Die 8-jährige Tochter wird noch vermisst. Hallo, Gmitternad. Wir brauchen dringend die Aussage von der Kleinen. Das Mädchen ist doch völlig durch den Wind. Ich würde Anna gerne von der Psychologin befragen lassen. Ist möglich, dass sie den Täter gesehen hat? Das kommt überhaupt nicht infrage. Hat die Mama einen anderen Mann getroffen? Ich will doch nur wissen, wer der Mama wehgetan hat. Der Tatort. Sonntagabend im Ersten.